Andreas, alter Gurkenpudding, wie ist es? Wir zwei beiden demnächst auf der großen Leinwand. Super, oder? Doch, das ist super. Dann lernst du den Chef endlich mal von der ganz anderen Seite kennen. Fick die Kapitol. Die sind in der Stunde. Das ist richtig was gebacken mit Weibern. Doch, mit so richtigen Pracht-Bratzen. Weg, 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 weg. Hallo. Hallo. Ja, wenn Sie auch so viel Spaß haben wollen, wenn Sie Bock haben auf das pralle Leben aus vollen Eimern, dann habe ich hier was für Sie. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Noch zehn Tote. Uh, uh. Jetzt. Jetzt. Stromberg, der Film. Demnächst im Kino. Ja. Okay. Ab dem 20. Februar im Kino. Also, wer das verpasst, ist selber schuld. Gute Nacht. Bücherdiebin. Willkommen, Pamela Travers. Sie glauben gar nicht, wie sie...